So, wir spielen mal wieder eine kleine Runde Call of Duty Warzone. Heute gibt es eine Runde Beutegeld zu zweit plus einen random Dude an der PS4. Der uns hoffentlich eine große Hilfe ist. Wollen wir hier direkt am Anfang rausspielen? Na, ich würde hier versuchen Richtung Missionen zu kommen. Hier zum Beispiel ist eine Mission oder hier. Oder an der 4V Station. Oder wir werden direkt eine Promenade Ost wird zu viel. Das oben lässt die obere Mission nehmen, unter der TV Station. Ok, da wo ich markiert habe. Hast du das markiert? Egal, da oben auf jeden Fall. Huch, Sack, ausspielen. Bei Missionen bringen mir halt schon ordentlich was. Ja. Hui. Oh, jo, 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 jo. Ich würde mir gleich die Mission. Ja, gut, dann pass ich hier unten auf, dass sie nicht von hinten irgendwie einer landet oder so. Der plündert die Küste, das ist schon mal gut. Weil ich habe nämlich gesehen, wenn du eine Mission erfolgreich abschließt, das was du dafür bekommst, das steigert sich. Ich habe auch die Granatenwerfer gefunden. Willst du den? Nee, nee. Das ist nicht meine Welt. Schrot. Vorratskiste gefunden. Position sicher. Oh, das ist ja gut. Vorratskiste sind immer gut. Ja, ich mag die Mission am meisten. Ja, und Kopfgeld ist eigentlich auch ganz cool. Aber Kopfgeld kann halt ziemlich heikel werden. Und ich sehe gerade, ich glaube, ich habe eine Munitionsküste gefunden. Oh Gott, Alter, der mich erschreckt. Oh, ich sehe gerade aber unsere Mission ist in den Haus hier. Muss man aufpassen, da sind ja gerne welche drin. Wenn natürlich keine drin sind, wäre es geil, weil da könnte man schön looten. So, vom Mast kamen Schüsse, aber die gingen auf irgendjemand anders. Hier drin war noch keiner, da liegt noch gelten, alles mögliche rum. Ich springe da jetzt hoch, hole das Ding raus. Wenn ich das hoch finde, bin ich blöd. Ach, du bist schon hoch, gut. Dann pass ich hier unten auf. Unser Teamkollege ist unterwegs, sagen wir mal so. Hier ist eine K. Ohne MP5 habe ich gefunden. MP7 und MP5. Aber die Scheren-Monition, das will ich... Äh, hier ist ein Sturmgewehr. Hier liegt ein Sniper. Auto? Ja, ich höre es. Ich höre es. Ist unser Teamkollege. Ja. So, da fahren. Ich fahre. Wo bist du? Ist das die K. nicht über 50 Sniper, die du markiert hast? Das müsste die sein, ja. Aber ich glaube, die nimmt das jetzt unser Teamkollege. Ach, oder? Na gut. Ich... Ja, ich wollte mal, wenn ich die Thermalbesäger habe, das wäre cool gewesen. Aber ich habe die halt ohne Thermalbesäger. Hinten bei unseren Leuten mit viel Geld? Ja, ja, ich sehe es. Ich sehe es eine Anzeige. Wow, ich werde beschossen von einem Sniper. Ich tippe mal auf den Hügeln da oben, auf den Anhöhen. Oh, ich habe gerade auszusehen rausgefunden, mit welcher, dass ich Blendgranaten werfe. Au, ne, das kommt von hinter uns. Von hinter uns? Äh, ja. Äh, aus Richtung Süden, Südwest. Nackier, inbewertung! Leidenschaft. Ich sehe es im Süden, Südwesten nix. who, who, who. Who, who, who. Who, 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 who. Von wo? Ich nehme erstmal neue Dinger auf. Ich hab so nicht gesehen, dass es nur in die Richtung geht. ich sehe es ja das ist ja ja den habe ich unter Feuer genommen gerade der hat der hat das Problem der ist jetzt in das Haus würde ich mal tippen reingegangen der ist in das Haus auf jeden Fall das mit dem roten Dach ja nein das da ich muss halt aufpassen dass er uns nicht umläuft ich habe den einen der auf der anderen Seite liegt für den Sniper oh da kommt einer von hinten ich habe es gesehen der steht da unten hast du ihn? äh ne ne aber du hast es gesehen ich habe mir auch eine volle Ladung abgegeben den hole ich mir aber irgendjemand hat mich gerade mit einer Krone angegriffen ähm der ist im Haus drin ich höre die Schritte ich glaube sein Kamerad ist da wollen wir reingehen und pushen naja ich würde Richtung das nächste Ding vorrücken aber dafür müssen wir mal oder wir gehen alle drüben das Gebäude zu zweit sollten wir den Typen rauslocken können warte ich komme bei dir mit ne warte dann gehen wir zur Küste der Feind nähert sich ah hm aber ich werde beschossen ich renne gerade ich kann gerade nicht stehen bleiben dann bin ich wahrscheinlich tot aber ich habe mich beschossen du bist auch ich bin auch da hoch die Straße wenn wir die Straße gehen sollten wir relativ sicher sein oh unser Kollege hat es ausgeschaltet oh wo wo bei uns hinter dem blauen Haus ich gucke mal die Gegend mit Hermann ab ich sehe hier nichts ach hier oben wird aber läuft es sei ja ja hier oben ist auch oft abgearbeitet Abwurf Position ist da einer auf dem Dach wo ich gerade drauf war ja da steht einer auf dem Dach genau da wo ich drauf stand auf blau okay ja ich habe gerade nichts für die Ferne Eintreffer das ich bin ich bin entgegen ich bin da Gipfel ja ich bin gerade im Komplett ausgestiegen ich muss hier wieder mal raus da siehst du ja gar nichts drin kommt hoch bis hier ab und gebrauchen zu mir schaut an mir hat glaube ich irgendwas gerade durchs Fenster vorbeigeschossen ja ich habe mir gedacht ich würde sie erst mal weggehen wir haben so viel ganz ehrlich ja jetzt noch ein Rucksack mit Geld ich überlege gerade wo wir hin könnten wo noch ein Auftrag wäre wir sollten auch erstmal Geld wegbringen irgendjemand schießt ja wir müssen auch wieder relativ schnell also ich würde glaube ich hier hingehen zum Geld wegbringen unser Team ist tot da müsste eventuell jemand sein ja ja ich glaube der Worte aus Entfernung gilt es war relativ klar wie sein Lebensfall also ich würde dahin wo ich es markiert habe wo bist denn du komm mal runter äh watcher ja ich bin grad unten wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass ich probierst ich bin aus er hat uns beide gedauert ja ich bin es ob ich noch hoch zu dir komme das kann hin unter er hat mich Scherzschmerzen okay das kann hier unterbreitet einer ich habe gerade so ein Röcheln gehört Achtung, pass auf, über dir auf dem Gebäude ist jemand Riesporn in 5 Sekunden gut, dann gehe ich schon mal weiter Richtung den Laden hoch, dass wir ihn mal wegbringen können Jupp äh sind nordöstlich von dir gesporned ja ich sehe gerade einen Teamkollegen auf dem Dach läuft einer rum auf den großen gedau'nt was, der braucht mehr als einen Schuss, wenn der gedau'nt ist da ist noch sein Teamkollege ich habe gerade einen rumrennen gesehen, ja, wollte ich auch gerade sagen liege ich den? ne, sehe ich nicht ich glaube der Teamkollege ist hinten runtergerannt ja, der ist, der war quasi schon direkt in Deckung als ich den Bauern geschossen habe ja, lass zum, hier, lass die Mission, lass die Mission nehmen und dann rüber zum und hier vorne beim Einkaufsding mal irgendwie was einkaufen äh, äh, zwei Ballons, 150.000 passen in einen Ballon rein äh, wir können auch einfach zum Helikopter rufen die sind gerade runtergesprungen vom Haus ja, wir wollten so erstmal mal weitergehen, da brauchst du dich jetzt darauf nicht zu konzentrieren weil die nur aus der Entfernung zu Kühlen bringt auch uns kein Geld und wir sollten als Team zusammenbleiben okay du kommst von da drüben, okay du kommst von da drüben, okay kein Ballon oder sowas, oder? äh, ne, warte, ich kann aber einen kaufen ich glaube, mit meinem Skillset, äh, regenerieren die sich wenn ich das richtig gesehen habe okay bin ich aber nicht sicher das hier dann brauchen wir den nämlich nicht jedes Mal kaufen, sondern kriege ich den immer und immer wieder hm? sooo wenn du irgendwo Sniper-Munitionen findest, dann sagst du halt hier vorne ist jetzt erstmal das Kauf-Ding äh ich hab' alleine über 200.000 äh, wo wollen wir den aufmachen? äh, warte, 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 hast du schon gekauft? ja hier drin liegt uns noch ein Schild bei mir äh, das ist nicht mehr am überlegen, hab' ich noch einen Kaufe für den Notfall, ich kaufe auch noch einen ähm den Aufmann, der brauchst du nicht so ganz weit weg, du bist nur gerade ja ich würde den jetzt hier einfach auf der Hügelspitze irgendwie machen hier ein bisschen runter hier jetzt hier im 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 Schutz, der geht auch durch die Bäume durch mach' einfach hier hin so und ich mach' dann meinen auch gleich noch der ist ja voll ich brauche später 81 Prozent so, warte, ich mach' noch was rein so, hier ist es auch voll so, wie viel hab' ich jetzt noch? ich hab' noch 148.000, ich würd' schon ganz gerne noch loswerden ja, dann mach' du dir mal ich hab' nichts mehr, das lädt er sich bei dir auch? äh, unten, äh, unten rechts ist das Symbol ja, sieht so aus gut so, dann hab' ich gesagt, hab' irgendwo noch eine Mission gesehen gehabt äh, jetzt nicht mehr anscheinend nee, ich muss ihn nicht mehr hier unten sind noch Missionen, da könnte man wenn man ein Fahrzeug finden da ist ein Gegner da ist ein Fahrzeug da ist ein Fahrzeug da ist ein Faxon gedroppt los, hinterher, der hat einen Ballon gedroppt, der wird wieder abgeben ja, ja, bin, bin nur unterwegs was macht eigentlich nur so ein Teammate die ganze Zeit? ja, der ist geradeaus von uns weckerlaufen, der Gegner ja hatte einen Ghillie Suit oder irgendwas in der Art da ist jemand geh' hier unter der Kante lang ach, da ist ein Helikopter hm da unten ist einer, den seh' ich ja hab' ihn voll gehittet da unten ist, oh K.O. ist er, aber ich hab' ihn nicht gekillt bekommen und da müssen auch noch mehr sein warte, den hinterher kommt einer und noch einer, gut, den hab' ich K.O. Pass auf einem neuen Gebäude, ich pall' auf'n Hinterausgang auf hier, man ist ja einer muss noch im Gebäude sein, der kommt noch von hinten raus an Achtung, der müsste um die Ecke gerannt kommen der ist auch K.O. so, der nächste ist K.O. und tot ich versuch' da genau oben drauf zu prägen Achtung, der springt hinten runter, da ist ein Teammate left wird gleich wieder aufstehen so, sind ein paar Sekunden wieder da Jaja, nicht bleib' zu lange hier ich hab' gerade richtig schöne K.O. skills Ja, wo bin ich denn? Achtung, der landet da hinten einer mit einem Fallschirm auf'n Kopf Haben einmal gehittet Oh, du hittet, die hittet, die hittet ja Oh, schweizer Ich hab' meinen Fallschirm zu spät aufgemacht Aber ich hab' den noch volle Granate Ach, du bist auch wieder down? Ja, ich hab' meinen Fallschirm einen Meter zu spät oder so gezogen Ja, gut, ich sag' mal, das einzig Gute ist wir haben Geld abgeliefert gehabt Ja, das Geld haben wir keins verloren So Vor allem sind wir auch schon auf Verlängerung mit drei Leuten geht es natürlich dann immer dementsprechend auch schneller Ja Ich guck mal, ob ich da unten in der Nähe landen kann vielleicht kann ich ja noch ein, zwei abgrasen vielleicht klappt das ja jetzt kann man es auch riskieren in zwei Minuten ist eh vorbei Ja Da würde ich auch zum Deposit Point gehen und gehen einfach noch zum Abzug an Ja Der Feind nähert sich Auf meiner Seite ist einer äh, im Osten ist einer Ja, ich hab' auch einen gesehen Wo ist er hin, wo ist er hin, wo ist er hin Ich bin wahrscheinlich von hinten an den Heli ran könnte ich mir vorstellen Ja Da, scheiße Hab mich äh, der andere hat mich gesehen da sind noch mehr Ja, ja Geht so weit weg Ja 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 Ah, ich liege nur den Stein, kannst du nur den Stein runtergehen? Ja 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 Was solltest du schaffen, wenn du nicht dauernd... Pass auf, das nur überall, welche kommen von oben ran Was machst du denn? Äh Ich bin schon unten Schuldig Ach, du hast dann auch aufgelandert Ah, direkt, ja gut, vorhin, wo sind Opfer, ja Schaffst du von mir zu... Ja Schaffst du von mir zu... Das ist eine, dass es drei Leute haben gerade aufgeladen Ja, ja, da waren sehr viele Ah, ja, immerhin traurig und 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 traurig Ah, das wäre gut XP Das gibt immer, ja, ja Ich habe ja auch gesehen, das sind jetzt irgendwie alles Ränge, die immer zum Seasonend dann wieder auf Null gesetzt werden Also wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahme